Hallo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ja, letzte Folge war krass, wir haben uns mit Klickers angelegt und jetzt mal schauen, ob wir hier wegkommen. Weil, kein Bock mehr hier zu sein. Ich will hier weg. Wenn die letzte Folge noch nicht gesehen hat, schaut euch die letzte Folge zuerst an. Ich will hier raus. Wir sind auf dem Weg zum Rathaus. Du willst das ruhiger angehen. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja, wir tun dich ja. Ich glaube, dass erst wenn ich... Und hier bin ich hergekommen, dort oben. Aber hier geht es nicht weiter, ne? Die Scheiss-Situation hier gerade, ne? Ja. Ja, wir müssen doch trotzig sein hier. Ich muss hier, äh, die weite gehen. Ich weiß nicht, wie ich... Oh, Moment. Ja, hier. Hier lang. Oh ja. Hier drüben. Was willst du? Ja, in"-Lei-Reihe. Wie? Alperke ab, ne? Ach, komm mal ne? Da! Am Ärmel! Firefly! Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Molotow! Pfff! Perfekt ever! Oh, kein Miniki kann ich auch noch eins herstellen? Man weiß ja nie! Ich bin mit dem zweiten Firefly Team beim Rathaus, 1,614 Jahre alt, Rotar. Ist Elia, Antenezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Ja! Ja gut! siehst du es okay du gehst vor ich pass hinten egal was passiert du bleibst bei klick kann dich auch rücken und du dich tust rechts und ich leise zu bewegen so ein runner, da ist auch noch eine klick du spinnst klicker 1000 klicker du musst ja nicht mehr aufschalten wo ist der jetzt du kommst hier hin noch zwei weiter ich bin ganz so angespannt ich glaub mir das gar nicht direkt von der buchhalsung ist und so ein Zeug benutzen lege mein Zeug rein wann heute Abend geschlossen heute 3357 ich bin safe okay irgendwo muss ich safe sein okay okay mal kurz schauen wo die sind da komm klicker das ist aber ganz scheisse kommt der noch doch ne nur da der war scheisse der war scheisse der war scheisse ist das auch noch ein klick dort ne das ist glaube ich ein runner aber das sind noch zwei klick ach f*** wenn das so weit geht kommt ja nie weg hier ne also müssen wir da mal dort ist ein runner sind zwei klick sind das alle noch ja ja aber wenn ich jetzt zu dem gehen in dem ich sieh haben wir ein fettes problem ja genau jetzt geht dort ein klicker hin ja moin ne ne in die richtung Siz hier nein Nein, reacted... 1 ...clicker. Sitzt... NO... 2 hat so schlimm sind... Nur noch 2.. Aber beide Clickers, ja geil, ne? Nicht, dass da reingeht, der eine Kille, und dann kommt der eine von hinten. 3 Ich verfluche es, ich verfluche es. Was ist denn, Leli? Was ist denn, Leli? Häpplur, beide sind verreckt. Was ist denn, Leli? Vorne Zeit, ne? Was ist denn? Was zum Teufel, nochmal, ist das der Clicker? Zwei, wie ist, ey, was? Warum sind sie schon wieder zwei Stück? Alles da, das ist ein Runner. Okay, noch, noch. Ah, jetzt sind doch nur noch zwei Click da vorne. Am Ausgang ist auch noch keiner. Kann keines mehr erstellen. Noch ein Messer. Was, was, was? stopp. Halleluja. Es läuft ja, der läuft ja zurück. Dort ist der Runner. Aber wenn der sich jetzt umdreht... ...er ist er safe. Da kommt es wieder knapp. Scheiße. Könnte ich hier kein Licht machen, aber ich weiß es nicht. Das war die Nachricht von Dereck, ne? 3, 43, 78. Soll ich es auf? Äh, lol? Ja, gut. Soll ich es nicht. Das ist nicht schön. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es nicht geschafft. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht der Weg. Ja, hält der Sicht so, ne? Wohin müssen wir, Tess? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kommen wir über diesen Trapp? Ja, komm, links-rechts, komm. Okay, dann mal los. Ai, ai, ai. Wir sind neu infiziert. Wir sind gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay. Klettert hoch. Klettert hoch. Klettert hoch. Oh, Alter. Was? Ich höre nicht. Okay, beeilung. Shit. Sie kann! Ich weiß! Was ist das? Was ist das? Du hast mir ein paar Schuhe. Du bist so ein Schuhe. Du bist so ein Schuhe. Was? Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir raus. Schauen ob es hier was noch gibt. Dank Schwack. Oh! Oder? Haben nur ähm... Scheisse. Oh! Kleberpunk! Nice! Waffen. 70 Teile. 68 haben wir. Dann der Revolver. Nachladetempo. Schussfolge. Okay, und hier. 33 Teile haben wir noch. Magazinkapazität wäre nice. Und nachladetempo. Wir sind immer leer. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ja, die letzte Folge war schon krass. Aber die geht... Die geht ja alles annehmen. Was sind wir hier jetzt? Das ist nicht lustig. Ja, die leiten der Reisen ist nicht mehr. Das ist nicht lustig. Das ist im Moment. Schuss! Das ist gut. Das ist schwer. Das ist egal. Das ist okay. Ich lebe! Ich werde aus und rumgehen! Tess! Nein! Nein! Scheiße! Ja, nein, Mann, nein! Ich fühle mich, Herr Habil. Eins! Ja, ich weiß nicht, dass ich mich auf meine Seite habe. Tess! Tess! Was rüscht die ganze Zeit? Tess halt! Die sind nicht hier immer! Der links ist nicht auf dem Weg tot, ah fuck! Gefährt kein Klauschmodus? Oh ja! Messer! Ich hab eben leider keinen Molo, ne? Ammonition? Oh, Alter! Man weiß, ja, nie, ne? Gehst du, na? Was du kommst zu mir? Und der tut es auch, halleluja, was? Die 13. Wer läuft dort? Da sollte sich eine Tür irgendwie wegkommen. Das weiß ich noch, von damals, aber das ist auch das Einzige. Aber wie ich das damals gemacht hab, keine Ahnung mehr, ne? Ja, das ist nicht hier, was das? Und Tüte? Ich weiß nicht zu machen, nein komm leh, lass doch! Und jetzt braucht man kein Messer, scheiss oder auch nicht? Jo, die hat wenigstens alles unter Kontrolle, ne? Ehrlich? Du scheiße, wie ich daneben treffaue. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das war verdammt knapp. Das war wirklich verdammt knapp. Hier lang, hier geht's aufs Dach. Ja, nein. Alter, ist das Rotthaus. Was gibt's hier noch so sch... Im Brepp? Vorsicht. Da ist es. Von der Ziel aus. Alter, sieht das geil aus von hier. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst, das ist ein bisschen... Und ist das das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Wow. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Weiß dich zusammen. Ja, Mann. Ich bin gleich hier um die Ecke. Kommt. Wie weiter, Kleiner? All die Ecke. All die Ecke. Jetzt kommt's rein. Nein, ich bin gleich. Nein. Nein. Nein, Puppel! Nein, Puppel! Nein, Puppel! Nein, nein. Ich glaube, es gab einen guten Zeitpunkt, diese Folge zu beenden. Nächste Folge gehen wir zum Rand und schauen, wie es dann weitergeht. Wenn es noch gefahren hat, dann gerne einen Daumen hoch und freuen uns, lasst mir ein ab und ab, falls ihr noch seid auf dem Kanal, dann bis zum nächsten Mal, tschau.